Ligna 2019, herzlich willkommen bei der Felder Group. Innovation braucht Mut und an Mut zu Neuem hat es in der Felder Group noch nie gemangelt. Die Weltneuheit, PCS, eine revolutionäre Sicherheitstechnologie bei Format Kreissägen. Zerstörungsfreie Unfallverhütung in Lichtgeschwindigkeit. Außerdem sehen Sie, wie wir mit Gluebox die Kantenanleimtechnik revolutionieren. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Mit Lightboss und F4 Vision kommen erstmals virtuelle Helfer bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Machen Sie mit mir eine Reise in die Zukunft der Holzbearbeitung bei der Felder Group. Genial einfach. Einfach genial. Mit der Weltneuheit Gluebox revolutioniert Felder die Kantenverarbeitung. Ab jetzt gelingt Ihnen die PUR-Verarbeitung so einfach, sauber und unkompliziert wie nie zuvor. Kein Leinbecken, kein Reinigungsaufwand in nur 90 Sekunden betriebsbereit. Einfach nur PUR-Rolle einlegen und es kann losgehen. Mit Gluebox gehören Granulat und Patronenverarbeitung der Vergangenheit an. PUR-Verarbeitung war noch nie so einfach und um so viel günstiger. Exklusiv für Tempora-Modelle Edge Control. Hundertstel Millimeter genaue Vermessung von Kantenstärke und Werkstückdicke. Übertragung zur Maschine über Bluetooth. Keine Tippfehler, keine Messfehler. Null Toleranz. Der Luftkissentisch mit integriertem Gebläse ermöglicht ein einfaches und schonendes Handling von großformatigen und oberflächensensiblen Werkstücken. Update in der Kompaktklasse. Alle Modelle der G300 Serie sind ab sofort mit Wechselleinbecken ausgestattet. Das heißt, Sie können zwischen EVA und PUR-Leimen bzw. Leimfarben in wenigen Sekunden wechseln. Profit H150 entwickelt für die hohen Ansprüche in der professionellen Holzbearbeitung. Das neue Nesting-CNC-Bearbeitungszentrum Profit H150 mit 5-Achs-Frässpindel. Integriertes Vakuum-Management Smart Zoning für optimalen Halt bei allen Werkstückgrößen. Mitfahrender Werkzeugwechsler plus Pick-Up-Platz für insgesamt 36 Werkzeuge. Ertragsoptimierte Prozesssicherheit, maximale Durchlaufraten mit B- und Entladungslösungen sowie automatische Etikettierung sorgen für höchste Produktivität. F4 Vision, die neue Dimension der Maschinenbedienung. Augmented Reality ist die Technologie der Zukunft für smarte Maschinenbedienung und interaktive Service-Unterstützung. Mit Hilfe der Augmented Reality-Brille werden virtuelle Elemente wie Konsolen, Sauger und Werkstücke in die reale Umgebung integriert. Dadurch sieht der Anwender seine tatsächliche Umgebung vor sich, die mit Informationen und Grafiken visuell ergänzt wird. Das ermöglicht exakte Werkstückplatzierung ohne teure Deckenlaser oder sonstige Maschinenzusatzausstattung. Informationen wie aktuelle Drehzahl, Achslast, Zustand von Vakuumpumpen, Notaus und Druckluft können jederzeit im Blickfeld überprüft werden. Lightpos, die LED-Saugerpositionierung. Revolutionär einfach und genau. LEDs zeigen millimetergenau die erforderliche Saugerposition und informieren ständig über den Maschinenstatus. Profil 92 Bedienkomfort und Flexibilität in höchster Vollendung. Die neue Fräsmaschine Profil 92 E-Motion mit Doppelschwenkung und HSK 63 Werkzeug-Snellwechselsystem. Schwenkbereich 92 Grad für grenzenlose Bearbeitungsvielfalt. Elektrospindel mit stufenloser Drehzahl bis 18.000 Umdrehungen pro Minute. Tischöffnung mit elektrisch gesteuerten exzentrischen Einlageringen. Abschwenkbarer Fräsanschlag mit zwei gesteuerten Achsen. Schwenkbares 15 Zoll Smart Touch Bedienpanel für die intuitive Steuerung von Höhe, Winkel, Fräsanschlag, Tischöffnung und Vorschubapparat. Speicherplätze für Werkzeuge, Spindeln und Fräsprogramme ermöglichen perfekte Wiederholgenauigkeit und kürzeste Einstellzeiten. PCS Preventive Contact System Die revolutionäre Weltneuheit bei Sicherheitseinrichtungen für Formatkreissägen. Es gibt zehn gute Gründe, bei der Arbeitssicherheit keine Kompromisse einzugehen. PCS verhindert Unfälle und garantiert Fingerfertigkeit und Handschlagqualität für immer. Das Früherkennungssystem erkennt jede Annäherung von allen Seiten und versenkt das Sägeblatt in Lichtgeschwindigkeit. PCS ist das erste und einzige System am Markt, das nach Auslösung voll intakt bleibt. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt auf Knopfdruck. Innovation braucht Mut. Es gäbe noch viel mehr zu erzählen und zu zeigen, aber das würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Informieren Sie sich einfach im Web oder in einem unserer zahlreichen Ausstellungszentren. Wir, die Felder Gruppe, bedanken uns für die vielen Anregungen unserer Kunden und für Ihr Feedback. Das spornt uns an und gibt uns Mut für neue Innovationen. Bis bald. Auf Wiedersehen.